Juhu und Willkommen zu Magica 2! Ich seh so aus, als ob ich so Betten schüttel. Habt ihr uns vermisst? Ja, Habta. Habt ihr nicht? Nein, Habt ihr nicht. Oder Burn für jemanden. Habt ihr nicht. Aber da ist ein Fetti. Hallo. Wir hätten den sofort töten müssen, als er bei dem Ding stand. Lass mal einfach zu dem Ding gehen und lassen wir es explodieren. Habta? So, suicidal-ish. Come on. Ding. Squishy! Ey, das hat gar nichts gebracht! Ernsthaft? Möchte mich mal jemand wiederbeleben? Oh ja, in den besten Gemetzel. Ja! Ja! Okay! Was gesch... Ach, ich leb wieder! Warum sagt keiner was? Ich hab euch wiederbelebt. Ich hab euch wiederbelebt. Ich hab's aber nicht gesehen! Mann! Ey! Schlecht doch nicht da rein! Du hättest mit dir so voll! Ach, das ist nicht! Hey, das war ich doch nicht! Sia! 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 Mann, ich kann schon wieder niemanden wiederbeleben! Was soll das? Sia! Hä? Moment, Moment, Moment! Hä? Loki kam so in die Hütte rein. Hä? Loki geht so erstmal zelten in Magica. So, wie langweist ihr? Erstmal zelten! Oh, wir haben wieder die cuten Drachen! Ah, cute! What? Jan! Leute, beschleidert mich immer so weisch! Feuer! Ja, nicht dieses Feuer! Ja, haupt uns alle! Haupt uns alle! Ja, richtig geil! Jan! Was zur Hölle? Wer zielt da so auf mich die ganze Zeit? Loki, ey! Wollte nicht runterfallen! Ja, und dann zielst du auf mich, oder was? Jan! Ich zieh mal auf Lissi, um nicht runterzufallen! Okay! Ich glaub, man kommt da einfach nicht weiter! Als wird er da noch nicht hängenbleiben! Wiederbeleben! Leute! Man, wie komm ich da weg? Ich komm in Yamagot! Ah! Ich flieg immer weg! Ich bin tot! What? Mami! Hilfe! Sie sind tot außer dir, Loki! Scheiße! Ah! Lissi, du Arsch! Ja, mein Gott! Guck dich mal jetzt, Mann! Weißt du, wie oft du mich im Arsch machst bei Sachen, wo ich mich einfach nur verspreche? Gott! Oh, Scheiße! Ja, dann darf ich mich auch mal über dich lustig machen, wenn du rumquietschst! Ja, dann darf ich mich doch drüber beschweren! Nein! Ja, guck mal in dem Popo! In dem Popo ist immer gut! Jaaaa! Oh mein Gott! Yeah, Absching! Mami! 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 Was?! Oha! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier unten ist was! Da unten ist was! Mir egal! Immer wenn ich im letzten Moment was sehe, alle anderen so, nee, okay, wir gehen jetzt! Ja, ist das so cool! Ich hasse es, dass die Musik weg ist! Das ist doch scheiße! Das macht mich traurig! Dass was weg ist? Die Musik! Hauptsache, wir haben gerade zusammen einen Megastrahl gemacht, der auf Loki ging! Und er macht das! Aaaaaaah! Oh Mann! Oh Mann! Warte, da liegt so ein Schwert im Wasser! Ich will das! Ja Mann! Da wollte ich gerade hingehen! Und dann tötet ihr mich einfach! Hier ist los! Und hier macht's irgendwas Bling Bling! Guck mal, da drüben geht's weiter! Aaaaaah! Oh doch nicht! Aua! Aua! What the Faaaaaaaaaaaaaaak! Aua! Aua! Mach's wieder da- Auaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Mann, ich lande immer in dieser Scheiße. Das ist doch nicht normal. Oh ja, genau. Was doch. Lissi wird gemacht. Oh. Es macht auch noch so Metallgeräusche. Boom, boom, boom. Kriegst grad voll in die Fresse. Ey, Lester, du lebst ja. Hey, wo bin ich denn? Ich lebe gar nicht. Doch, du lebst. Ach Leute, wer hat mich wieder zur Oma gemacht? Ich bin geschnabelt hier, Oma. Die schnabelt hier, Oma. Oh, Jan, frierst du etwa so? Aua, wer war das? Ich weiß nicht. What? Oh mein Gott, mir ist die Waffe gerade fast voll in die Fresse geflogen. Mami. Das ist meine Zeltin. Komm, wir gehen wieder zelten. Ja. Das Problem bei den Roben ist, man muss sich entscheiden, ob man total cute sein will oder ob man geile Fähigkeiten haben will. Du wirst natürlich cute sein. Ja, auf jeden Fall. Hallo, das ist ein Schnabeltier. Schnabeltier, wir sind so geil. Das ist gut. Sobald ich merke, dass ich lebe, bin ich schon wieder tot. Gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mittlerweile nicht mehr so viele Sequenzen gibt, wo man einfach dran vorbeilaufen kann. Das finde ich sehr tragisch, muss ich sagen. Wir freuen, dass du kämpfst. Ich will aber nicht, ich will einfach nur weglaufen. Jan! Wo ist ein Schnabeltier? Nein, da stand das Schnabeltier-Dings, was Lissi fallen gelassen hat. Schnabeltier! Ich dachte, da wären Schnabeltier-Gegner. Und? Warum gibt es keine Schnabeltier-Gegner? Die würden mich so glücklich machen. Ja, super hässlich. Boah, wie wenig Leben der verliert. What? Jonas! Ah, das bin ja ich. Ja, ach was. Was macht ihr denn? Hauptsache, das bin ja ich. Oh, hör doch mal auf mit den Glöcken. Also besser als deine Feuer-Shia. Ja. Was passiert hier gerade? Jetzt kommt die scheiße aus. Haben wir die gerade freigelassen, oder was? Hä? Was war das mit Buck? Wer hat mich da wieder zur Oma gemacht? Das klingt voll so, als wäre die meine Kinder, oder so. Und hätte dann so Enkel gekriegt. What the fuck? Wer hat wieder irgendwas von... Lissi, los, du bist unser letzter Hof nun. Buck doch nicht, sonst sterbe ich. Inspirierend. Hawk, block. Ihr habt ein bisschen die Kopf. Darüber lacht man, natürlich. Tötet die Zauberer. Hä? Ja, und so weiter und so fort, ne? Hä? War's das jetzt? Hä? Hä? Das war doch der Bosskampf. Das müsste doch eigentlich das Kapitel gewesen sein. Das war jetzt vorbei. Jetzt kommt, yay, geschafft. Ja, aber das ist... Ich sag doch, das ist so ein bisschen mit Ladescreen. Was ist das? Das ist der komische Stuhl. Aber es sieht wie in so einem schlechten Commercial aus, mit Greenscreen so irgendwie. Hast du das? Du bist so voll. Hä? Haben wir Parkinson? Guckst du euch die Zuckung an? Oh, fuck. What the fuck? Ey, guck mal, ich bin der Schnabbitier-Tein. Ich bin der rechts unten. Ich bin cooler als ihr. Guck mal, ich zitter nicht so hässlich. Was? Was soll das? Was ist das? Ey, guck mal, der grüne Wachsmalstift ist übergebrochen. Das müssen wir jetzt analysieren. Zwischen den Grünen, oh mein Gott, die Polizei sollte sich da wirklich vorwahren. Eigentlich müssen wir mal schauen, wer von uns der grüne Typ war, weil das ist bestimmt eine Anspielung daran. Das waren... War das du nicht der Grüne? Ich weiß nicht, ich war grün oder gelb, glaube ich. Ich war rot auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall eine Farbe, die mir nicht gefällt. Ja, das kann sein. Oh mein Gott. Das heißt, was über meine gespartene Person ist kalt. Äh, egal. Doch Matt, das ist ein Schwanz. Alle haben einen Schwanz. Das wird auch der Schwachbuckler und diesem Scheiß Gegner sein, wenn wir irgendwann dagegen kämpfen. Das ist immer der Schwanz. Und selbst wenn der Gegner keinen Schwanz hat, dann ist es der andere Schwanz. Äh, es kommen auch eher so Elemente. Was? Ja, aber das ist doch immer, wenn du irgendwas kombinierst, dass das dann wieder was Neues kommt. Wie zum Beispiel mit Dampf und so. Was ist das ja eigentlich? Aber Dampf gab's jetzt auch schon. Nee. Oder gibt's doch Herz und Pac-Man. Guck mal, da ist Pac-Man unten in der Ecke. Ja, aber cool. Ich bin Pac-Man und Bowling. Stern. Und Herz. Oh, die Herz-Inne. Das war so, weil der Oberzauberer offensichtlich. Ja, und jetzt? Und mit Wachstuhlstiften gemacht. Badass. Yes. Oh yeah. Wow. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.